Willkommen du und du und ihr. Willkommen Balou, Luna, Rüdiger und Sirkoko. Willkommen zu kleinen Momenten, großen Momenten und vor allem ersten Momenten. Willkommen Mittagspause mit dem besten Freund. Schuhe lieber auf den Schrank stellen. Alle Taschen füllen mit dem Ab-in-den-Wald-Kit. Willkommen in der Anfangszeit mit eurem neuen Haustier. Willkommen im Club. Willkommen beim richtigen Futter, der passenden Erstausstattung. Einer großen Auswahl an genau den Dingen, die ihr jetzt braucht. Und vor allem willkommen bei über 30 Jahren Erfahrung. Denn wenn alles ganz neu ist, sind wir für euch da. Im Markt und online. Willkommen bei Fressnapf.